HALDA Ähm... Kommen wir hier irgendwie anders durch? Ich mein, wir könnten ja hier mal zwei Granaten drüber schmeißen. Das Problem ist, wir treffen schon wieder nicht. Wenn wir selbst getroffen werden. Digga... Nein, nicht schon wieder! Ich brauche einen Auftanker! Gib mal einen! Hallo! Cool, kommen wir hier vielleicht rauf? Hm... Oh ja, die Kuh! Den hätten wir schon mal... ... 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 So. Einmal nachladen. Na los, komm, stirb. Bingel. Ohhhh. Jedes Mal diese verfakte Drecksgranate. Sowas Behindertes. Ja, komm. Ne, die haben da ihre Top-Deckung und ich komm nicht mal an eine dieser Deckungen ran. Komiko! Röntiger Yankee! Direkt vor Ort! Granate! Meister eine Granate! Direkt vor Ort! Lauf null, ihr Schweine! Die scheinen da vorne zu sein. Ihr Platon ist hier entlang. Geht mal her jetzt, den Auftanker! Kommt geflogen! Dann machen wir es halt auf die Rambo-Methode. Ich guck mal! Ehm. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert, also sollten wir weiter. Und zwar schwer. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Keine Ahnung wie, aber Sas und ich haben das Zug und Glück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Résistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Hm. Okay. Profi erhalten. Die Résistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Trophäe erhalten. Endstation. So, okay. Fortfahren. Wupp. So, so. Befreiung. Aber das ist doch bestimmt noch nicht hier die letzte Mission. Weil da vorne an der Linie beginnt ja erst, was damals Nazi-Deutschland war. Hm. Das wir sehen dann werden. Hm. So, dann mal los. Juhu. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platon ist mitten in Paris und unterstützt die Résistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS- und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust. Alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf sie. Hm. Okay Männer, legen wir los. Alles klar. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite, Kasserine. Wenige sind so mutig. Es ist bald vorbei, Mesami. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Mhm. Na, dann hat man viel Spaß beim Wolfsbau. Madame. Madame. Draufgänger. Die, 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 die. Dumm. Ein Kontrollpunkt. Ach, scheiße. Sind das die Juden? Oder sowas? Weil die werden gerade so weggehuscht. Weggehuscht. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattachin. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Hintergrundgeschichte erneut durchzugehen. Gerda Schneider, Hamburg, Deutschland, 24. Januar 1911. Okay. Franz Spiegel, Zweck, Reisepapiere, Polizeiführer Heinrich. Okay. Okay. Hm. Okay. Wer hat sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Befreiung. 25. August 1944, Paris, Frankreich. Guten Abend. Die Papiere bitte. Okay. Danke sehr. Gehen Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Bitte sehr. So, hier. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Äh... Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Frau Lanschneider. Siehst du wohl. Dankeschön. Oh, das kann doch noch böse werden. Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Suchen Sie Offizier Fischer. Suchen Sie Offizier Fischer.